Na ihr alle willkommen zur nächsten Folge Minecraft Venra und ja vorab muss es nochmal einen kleinen Monolog meinerseits geben. Ihr werdet gleich merken das Video ist vorgespult, also beziehungsweise verschnellert. Ja und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund und ja gestern, also an dem Tag an dem wir die Folge aufgenommen haben, hatte ich einfach massive Internetprobleme, das sah richtig hart nach DDoS aus oder so. Ich weiß wirklich nicht was es war, aber ich hatte teilweise einen Paketverlust von 80% und ja es hat halt alles geleckt und ich habe Noah auch nur zur Hälfte verstanden und ja er hat mich auch nur zur Hälfte verstanden. Das ist so dämlich gewesen, ich weiß wirklich nicht was es war, aber ja deswegen will ich euch nicht antun. Dass ich das Video jetzt mit Ton und so weiter mache, ja es liegt einfach daran, dass wir uns nicht verständigen konnten, wir haben nicht kommuniziert wirklich und ja auch an einigen Passagen einfach gar nicht geredet. Und das will ich euch wirklich einfach nicht antun, dafür gibt es die nächste Folge wieder ordentlich. Jetzt funktioniert mein Internet komischerweise wieder, warum auch immer, aber das vorab und ja tut mir leid nochmal für die Folge und ja schaut es euch einfach an, wenn es euch interessiert. Es ist eh nichts passiert. Ähm ja. Okay, dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.